Dieter Schlinfwein ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der zwischen 1978 und 1996 für den SV Waldhof Mannheim Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und den FC St. Pauli in der 1. und 2. Bundesliga aktiv war. Als Jugendlicher spielte er beim badischen FC Germania Karlsdorf und wurde bereits als 1-7-Jähriger vom zweitligisten SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Nach sechs Spielzeiten stieg er mit dem Verein als Meister der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf, Ende er am 13. August 1983 beim 2-0-Sieg im Heimspiel gegen Werder Bremen von Beginn an debütierte. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 19. Mai 1984 beim 2-1-Sieg im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1-1 in der 58. Minute. Nach drei Spielzeiten wechselte er zum Liga-Konkurrenten Werder Bremen, für den er allerdings nur drei Spiele bestritt. Infolgedessen wechselte er zur Saison 1987-88 innerhalb der Spielklasse zu Eintracht Frankfurt, die er nach zwei Spielzeiten verließ und sich bis zum Karriereende 1996 dem FC St. Pauli anschloss. Sein letztes Bundesligaspiel bestritt er am 16. März 1996 bei der 0-2-Niederlage im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Es endete bereits in der 25. Minute mit dem Platzverweis durch die rote Karte. Schlindwein, gelernter Industriekaufmann und wegen seines robusten fußballerischen Engagements Eisenditer genannt, bestritt in seiner Profikarriere 186 Erstliga- und 214 Zweitligaspiele. Für den DFB bestritt er zwei Länderspiele. Bei der 2-3-Niederlage der Amateur-Nationalmannschaft am 18. April 1979 in Pristina gegen die Auswahl Jugoslawiens und am 17. Juli 1984 in Koblenz beim 6-2-Sieg im Olympia-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl Chinas, als er für Manfred Borkenfeld zum Einsatz kam. Er gehörte dem Olympia-Kader für das Olympische Fußballturnier 1984 in Los Angeles an, kam im Turnier allerdings nicht zum Einsatz. Trainerkarriere Dieter Schlindwein ist Inhaber der A-Trainer-Lizenz. Als Trainer arbeitete er für den DFB und von Juni 2004 wegen Erfolglosigkeit entlassen, bis April 2005 als A-Junioren-Trainer des FC St. Pauli. Er ist Talentförderungstrainer der GOFUSEV, einem gemeinnützigen Verein von ehemaligen und aktiven Fußballprofis, die Golfturniere zu karitativen Zwecken veranstalten. Er arbeitet auch als Jugendtrainer in den Fußballschuhen von Manfred Kaltz und Michael Rummenigge. Erfolge DFB-Pokalsieger 1988 Sonstiges Einen Skandal verursachte Dieter Schlindwein Anfang 1994, als er in einem Trainingslager des FC St. Pauli den Brasilianer Leonardo Manzi als schwarze Sau beschimpfte. Für diese Beschimpfung entschuldigte sich Schlindwein später. Einen momenten Einen momenten